Hallo! Ich meine liebe Freunde, ich bin euer lieber Omo und wir sind zurück bei Star Trek Earth of the Federation. Das letzte Mal haben wir die Kolonie Tycho gegründet. Wir haben bereits zwei Light Raiders und wir bauen hurtig weiter. Allerdings jetzt den da auf einen runter gehen und dann eher die Warcruiser bauen, wo wir stärken Pisten haben. Weil die Light Raider, glaube ich, werden einfach so aus dem... ...schau mal. So, jetzt... ... 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 Was hältst du davon, wenn ich dir noch mein Gift gebe? Besser hier als den bescheuerten Kadassianern. Ja, es tut mir echt leid, aber um ehrlich zu sein, ich muss dafür. Weil das geht nicht. Das ist mein Gebiet und meines. Wir haben außerdem keine Shortcuts genommen, um sie zurückzuhalten. Was ist jetzt gebrifft? Aber ich kann die Mieter da nicht ablassen. Mhm. Was haben wir noch? Theronius. Ich muss es kaufen. Ja, finde ich gut. Find. Und. 65. Data Brokerage. Okay. 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 So. Ah. Wollen wir das auch noch gleich? Ja. Okay. Okay. More of summary. Okay. 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 Let's go. Dann kann ich das drauf aufgehen. Okay. Aber das macht er nicht. Jetzt haben wir uns nicht. 63 auch gut Okay, next turn. Ich jetzt greift mich der da an, die Rate. Du Ratte, greift meine Station an. Du hast tatsächlich... Ach, ich hasse dich so sehr. Oh, Mulana, ich glaube, ich werde dich erwürgen. Nächste Runde wäre das fertig gewesen da. Diese Runde wäre es fertig gewesen. So ein Dreck, das geht hier wohl nicht. Na gut, wirst du daher gehen und mal da weitermachen, oder? Ja. Ich muss erreichen mit meinen Schiffen, Mulana, ich werde euch erfüllen, jeden einzelnen von euch. Autos. Ich habe keine Autos, noch nicht. Okay. Okay, wir wollen die Save-Up-Bone jetzt noch mal. Too sure. Bye. Okay, haben wir irgendwo getroffen. Schaut nicht so aus. Nein, das sind Kredits 99. Vielleicht haben wir gedacht, das sind 99 Personen. Aber wir haben schon 145. Wir haben eh noch nichts. Perfekt. Fokus. Also nicht so sehr wie die Dings von die Romulaner, aber immerhin noch einmal. Gibt's ja wohl nichts, Ehle. Ich weiß ganz genau, dass ihr meine Freunde werden könnt. Okay, die Romulaner kriegen auf jeden Fall kein Geld mehr von uns. Polo-Cinema. Naja, auch okay. Ah, ja. Okay. Von da weg. Von da her. Yes. Mehr Division. Ich meine, in Wirklichkeit bauen wir es jetzt eh noch nicht. Aber, ja. Was soll's? So. Das scheint in Ordnung zu sein. Das kaufen wir natürlich. Das ist noch immer. So, du gehst dieihenfolge da hier. Science F. Build out. Okay. Mhm. Mhm. So, was haben wir? Non-Aggression. Mhm. Gegen die... Gegen die Klingonen. Ich will nicht gegen die Klingonen kämpfen. Ich will nicht gegen die Romulaner kämpfen. Das sind viel größere Idioten. Gegen die würde ich dir helfen. Okay. Dann die Replikatoren. Und dann kostet die Klinge und bringen dann Geld. So. Seht euch. Okay. Ich schaue sowas. Receptive. Schau mal. Wie wär's damit? Komm schon. Sein gutes Reptiloid. Ah. Yes. Perfekt. Los. Jetzt gleich noch mehr. Noch mehr Kohle in den Rachen geschoben. Wir sind viel viel cooler als die Ekelhaften. Als die Ekelhaften Romulaner. So. Das. On Upgrade. Und kaufen. So advanced replicators. Wissen Sie was? Ach, Artie. Nein, warten wir. Wir wollen da noch mal rein schauen. Eben. Eben. Intelligence. Research. Schaut gut aus. Mhm. Advanced replicators on bar. Ah, das ist schon. Dings. Schaut mal, kann man dann da eins runter gehen. Yes. Kann man da eins runter gehen. Möcht mal mit unserem Walk Cruiser. So, was macht das Holocinema? Plus eine Moral. Was kostet fünf Energie noch? Ja, was bringt höhere Moral? Bringt das mehr Geld? Sagen Sie es mehr... ...Totfohn? Ich nicht. Machen wir es mal sicher. Aber... So, wie schaut das aus? Gut, schaut so aus. S2 auf 88. Passt auch. Ah ja, Tycho. So, da. S2 auf 88. Passt auch. Ah ja, Tycho. So, wie viel Geld haben wir noch? 2044. Jetzt machen wir mal einen kurzen Rundblick bei allen hier. Indiana, Cordial. Da Mariana. Worshipful. Recept. Worshipful. Die können uns nicht ausstehen. Worshipful. Weiß sie. Hm. Die können uns nicht ausstehen. Ah. Die können uns nicht aussehen. Was macht das mit Experience? Ah! Wir haben schon eine Freundschaft. Indefinite. Was macht das mit Affiliation? Ah! Wir haben schon eine Freundschaft. Wir haben schon eine Freundschaft. Indefinitue. Die sind cordial, also könnte es sogar funktionieren. Okay, die Ulianer sind jetzt nicht so toll beieinander, das heißt denen werden wir jetzt mal ein Geschenk machen. Warte mal, außerdem sind da mir Members, Friendly & Friendly Affiliated, ja, okay, wir sollten drucken mir die Seele investieren. Mhm. Okay. 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 So, was wollten wir noch machen? Ah ja, wir unten hier stellen. So, fahren wir mal da. Ist da so eine halbe Ewigkeit? Die Romulana haben ein Statement gemacht. So was? Schauen wir uns das. Ja, Expansion has nearly reached up orders. Was heißt unsere Expansion? Deine Expansion, du Idiot. Weißt du dich so sehr? So, Seele. Wir kriegen jetzt noch ein Gift. Code hier immerhin schon. Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich sehe noch immer keine Teams. Ich habe noch keine Teams. Schade. Ich habe allerdings zwei. Das ist interessant. Na gut, darf ich sein. Und, um... Du machst das. Das ist gut. So, du bist noch ein Baum von dem Warcruzan. Schauen wir mal, wie er ist. Und, um die Intelligenz noch. Sicher ist sicher. Mein Gott. Die Produktion beruhig. das ist nicht gut fertig dann ist das mit dem holocinema vielleicht doch nicht die idee und nächste runde das ist sie hat eine affiliation von der Ferengi das ist das ist take das Das ist Kadassian, äh, Romulana. Das ist eine... Hehehehe. Okay, Kadassian, aber warum habt ihr das nicht gemacht? Ihr mögt mich doch, dachte ich. Mehr oder weniger ein wenig. Okay. Typen, auf. Next. In-to-been. So, 6% auf. Do Terraforms for the in. Warcruiser in 7. Oh, Mintaka ist mit seinem Spezialgebäude fertig. Was kann das? Plus 100% full? No, das ist wahnsinnig. Das ist euer. Hm, es ist irgendwo eine Art... Was hat da für neulich? Techfield. Okay. Development. Food. Sicherheitshalber. Gibt es hier nicht, ist egal. Defense. Shipjahr des Defense, interessant. Proportion 4. Hmm. Okay, okay. Hierbei scheint die Generation halbwegs klar zu kommen mit den Klingonen. Na dann, nächste Runde. Die Mahn von den Kalostianen, echt jetzt? Was wolltest du denn? Geld nehme ich an. Oh, warte mal. Was sind diese hier? Was war das? Ist das auch Disputed von Ihnen? Wahrscheinlich ja nicht, oder? Kann man das irgendwie sehen, wer das Disputed hat? Ich meine, dass das unser Disputed Land ist, ist schon fast klar, oder? Ist mir das hoch, wenn die das haben? Ja, ich kann eh nur die durchfliegen. Oder? Nein. Okay. Was? Wir machen das einfach. Wir haben kein Problem damit. Kommt ruhig her. Solange ihr Cordial seid, werde sie mich ja wohl hoffentlich noch mal unteröffen. So. Wie schaut das aus? So. Und ich sehe da, enthusiastisch sind die. Ulianer sind auch Intruder. Wir wollen den Ulianern als erstes die Membership anbieten. Ulianer wäre natürlich ein cooler Fort. Jeder wäre vielleicht besser, weil das ist in jedem Bereich. Da kommen wir mit den lächerlichen Schiffen hin. Und Ulianer hat keine Dings. Keine... Ja, sie werden ihm wahrscheinlich nichts nehmen. Nehme ich mal an. Und wie weit sind wir da? 70% und da 34%. Oh, die Karathianer haben den King ohne den Krieger klärt. Das finde ich gut. Und die Romulana ebenfalls. Kaufen wir einfach. Ah, das heißt total. Das ist nur bei ihnen. Das ist nur bei Gott sein, oder? Kann das sein? Ah, na dann. Und das... Nächstes. Und das... Nächstes. Und das... Okay. Next. Uh, uh, Ulian hat sich uns angeschlossen. Yes. Sehr gut, sehr gut. Trade Center. Ah, genügend neue Trade. Großartig. Okay. Schauen wir mal an, wie das Ding ausschaut. Okay. Ein bisschen zu viel Food-Produkten. 809. Wir haben Fünfer. Bist du irre. Von Universitäten. Oh, viel Zeug haben die da aber nicht. Okay. Okay. Machen wir mal das hier. Machen wir das erste. Das ist eine advanced Reppe. Das geht schnell und einfach. MF in Turbina geht auch schnell und einfach. Trade Center geht auch schnell und einfach. Psychohistorical. Psychohistorical Archive plus 25% Intel total. Oh, großartig. Klopatech. Das ist ein System. Wollt ihr es sehen? Wir wollen eine Large Map wieder. Uliya hat zwei. Urieth. Und na... Hier wieder um, sagen wir mal. So, Ferengina müsste jetzt auch einen neuen haben. Painter zum Beispiel. Eben hat einen, Tama hat auch zwei, Hinterkamm hat noch keinen. Aber auch noch keinen. Auf 2019. So, Haven. da wir brauchen mehr dinge brauchen mehr auch mehr essen Ah, Upgrade, Growth, Market, dann wird es besser. Gehen wir das weg. Bekaufen wir das gleich. Militärisch gehen wir wieder auf Small. Walk Cruiser, die Kiste da her. Und wir werden da. 58%. 98%. Perfekt. Walk Cruiser kommt noch. Zwei Colony Ships. Alles wird gut. Alles wird gut. 390 plus 10% sind 39 dazu. 429, okay. Das wird so sein. Das ist Moral. Mhm. Boah, das dauert so lang, ja, kann man das kaufen, 3.350 brauchen wir dafür. Boah, alles gut hier. 30 Prozent. 252 plus 30 sind nur noch die Produktion. Wahrscheinlich 76 eher. Ja, 77. Okay. Alles gut, alles gut. Und wir sehen was. Wir werden jetzt anfangen, die elenden Romulaner zu harassen. Okay. More cruiser da haben. Light Raider 2, yay. Okay. Erklingen issued a demand to the Renge. Okay. Sounds interesting. Es gibt mehr Essen, wenn ich da noch eins runtergehe. Die Kulturen bringen nicht genug Essen, weil ich da auch eins runtergehe. Ich glaube, ich weiß, was wir tun. Tatsächlich machen wir gar nichts. Das ist das eben. Gehen wir da mal zurück mit der Position und machen ein bisschen mehr Research. So, nach dem machen wir das Solo-Cinema. Außerdem, die Kingonen wollen irgendwas von mir. Was wollt ihr? 500 Credits. Das ist ja geschenkt. Ja, weiß auch nicht. 25. Das machen wir in einer halben Runde quasi derzeit. So. Die Edler werden auch ganz gut. Die Parkle brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Ich hätte schon ganz gerne. Als Member. So. The Privileged to do business. Die Parkle haben sicherlich auch ein cooles Dings. Aber um ehrlich zu sein, da hinten sind sie mir und ich als Geldbringer für meine Trade Route. So. Okay. Herrschaften an dieser Stelle habe ich auch für heute. Wir haben lange genug gespielt. Ich hoffe es hat gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis. Bis. Vielen Dank.